Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute zeige ich euch, wie man super schnell und einfach leckere Maffens mit Buttermilch und Johannisbeeren backt. Sie sind mega flüssig und saftig. Na gut, und jetzt fange ich an. Eier, Zucker, Buttermilch, Butter, Öl, Salz und Vanillezucker vermische ich gut miteinander. Das kann man auch mit einem Mixer machen. Danach siebe ich Mehl und Backpulver ein und verrühre nochmal gut zu einem glatten Teig. Zum Schluss hebe ich vorsichtig die Johannisbeeren unter. Den Teig fülle ich in die Maffenförmchen und backe im vorgeheizten Backofen auf 170 Grad, hin von 20 bis 28 Minuten. Leckere Maffens mit Buttermilch und Johannisbeeren sind fertig. Guten Appetit! Leckere Maffens mit Buttermilch und Johannisbeeren sind fertig. Gut. Vielen Dank.